damit herzlich willkommen zu let's play battlefield 3 zurück bitte ja ich kann nicht aus dem na ja wie heißt die gute map man sehr gut weil sie war episch gestalten und auch mal fahrrad mit buggy irgendwie vor und diese map finde ich an sich sehr 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 geil die armen leute das sind so welche arschlöcher eigentlich was nein nein bleib da du dummer panzer mann ja ganz ehrlich so panzerfahrer können es einfach nicht heute sind leute ich bin squad leader unser squad leader haben es genauso wenig drauf aber hier kann man auch keine fehler und vor allem anfordern kann man sie nicht leider man kann nur sowas wie muni und sowas ist drei kam er wie viel kann man das finde ich positiv für den geheimen alter warum ist der ach komm ich schlag grad voll im kreuzfeuer ja das ist ein bisschen doof ne ich sag so lass mal planten ich wollte grad jemanden mit nem schweißbrenner wiederbelebt oh man ich bin medic zu sehr gewohnt oh du scheiße nein fuck lachte ich mir auch gerade oh ja jetzt kommt nicht so eine gute runde warum kann ich nicht in die luft gehen weil ich 500 punkte alter finne ach komm ja hab ich 500 punkte geregt ja nice geil ich hab bis jetzt erst einen kill gemacht man das ist immer irgendwie finde ich so ein leichtes ja erfolgs erlebnis kann man sagen ein leichtes geiles erfolgs 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 genau so was will ich hören ein geiles er kann es echt alter bleib doch da erscheint nach medic alter wie geil die stadt aussieht ne also ich muss nochmal ganz ehrlich mal zugeben dieses BF3 ist einfach super besser als Battlefield 4 ähm ja leider leider leute ich hab mir mehr versprochen ja aua mehr versprochen wir wetten ich bin gespottet deswegen lauf ich jetzt gar nicht gleich runter bist du down ne ich renne hier gerade so hinter Panzer näher weißt du noch wo wir hier auf Scream äh hier in den Büschen gewartet haben auf die Angreifer ja das ist voll geil nein öff hoffentlich gibt's gute Leute die wieder beleben könnten ja dankeschön es gibt gute Leute oh ah klasse ich hab ihn erwischt alter wie die Panzer hin und her wackeln wenn sie schießen alter ne oder und da gibt's nur einen der einen im Chat der rumflämt warte hallo 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 Arschloch so ein Arschloch weißt du ich repariere ihn die ganze Zeit was macht er er fährt mich um fährt weg und jetzt fährt er schon wieder weg hallo ja lass doch dann ist er dann ist er gestraft ja dann braucht er keine ja aber ich würde er wäre gerne in den Panzer eingestiegen ein Nutten halt ne ich warte nein boah ist grad traurig vorhin so ne schöne Runde dankeschön vorhin ne ganz schöne Runde für für so geile Nutten ah alter jetzt wird's gleich heißen mit Panzerfaust geht man nicht auf Infantrie hm jawohl jawohl wenn ich keine Muni mehr habe ich wollte ja nicht sagen aber wo aber egal hinter neben der firma neben dir ich möchte gerade nur dankeschön so schön gespottet alles habe ich gemacht nein naja ein paar kills gerade gemacht ich liebe die ausfall bei sowas wenn man einfach nicht auf seinem web angezeigt wird ich trete dir mal bei oder auch nicht du bist alter 3 ja gut 6 3 steht sehr schön da gut für commander cookie ist natürlich ein bisschen besser kein eigenes mal sein der wirst ja ich glaube es nicht aber weißt du was beschissen ist ein neues weil ich wieder nicht wieder ich lieg direkt vor ihr nein nicht du sondern der typ ganz ehrlich weißt du ach komm da hatte ich echt gekillt ich habe ihn gespottet man ja ich habe gerade auf dem abgeguckt was bist du für eine nutte alter jetzt belebt mich aber wieder jetzt belebt mich wieder jetzt belebt mich also doch kein so auslack 22 leute waren noch nicht zu holen und ich auch noch dazu also drei habe ich auch zu weit weg so es geht weiter ich spiele fußball mit dem fass bleib da kommt spiel mit fußball fast ist gut wo bist du hin jetzt ist weg so ich muss mir immer heilter jetzt gerannt es wird gerannt noten na ja wohl den unten den unten weiter wie es ja abgeht das ist runter geschafft jetzt so ab wie nun die wenn spaß haben was alter erst mal zwei leute wiederbelebt medica zu dir hinwerfen die sind da um die ecke würde ich jetzt nicht gleich rumlaufen alter ich finde es voll cool dass die leute jetzt mir nachkommen das ist oder hatte nein bin da und du aber ich werde wiederbelebt vielleicht vielleicht alter warum belebt er mich nicht wieder er hat mich wieder bei kacke sind echt ich nicht wieder er hat alter da kommt einer mit abc nein acb aus scheiße aber egal so sehr gut kann es nicht wollen bei dir hatte noch mal noch auch man naja verdammt das tut mir leid mein maus so ich mache jetzt ein suicide das ist ja kein buggy ich liebe panzer fahren war ich glaube ich bin zu weit rausgefahren nein ich habe gerade ein roadkill hingegelegt man komm Roadkill R ключ R ключ R ключ R ключ R ключ R ключ KOMM R ключ R ключ R ключ KOMM Oben ist einer drauf auf ein Dach Ich habe gerade ein roadkill hingelegt man schon weiter nicht noch nicht alter ich glaube ich bin falsch ich will hier eigentlich nicht ich bin falsch am Auto kaputt gemacht hier unten kann man nicht mehr lange hier unten ist kaputt so dann eben hier lang ich bin das crazy Fahrzeug Alter Selbstmord wie geil ist das einfach nur Ach man verdammt ich kann es nicht kaputt da oben gibt es so ein komisches Sensor Dings das nervt und meine Hunde nerven auch gerade ja gut er ist auch weg Nein Och man Nice Alter ich liebe Panzerfahrer ich wurde wiederbelebt das liebe ich noch viel mehr Okay jetzt wird es nichts mehr damit ja mein Auto ist kaputt ich habe jetzt sowas von geil im Panzer gespielt das muss ich jetzt einfach mal zugeben Jaaa ich hab's überlaufen Alter Geil Entschuldigung dass wir jetzt nicht so viel geredet haben aber ich habe mich gerade richtig geil rausgespielt Alter Finne Boah das jetzt am Schluss war geil Ich habe kein Spiel mehr am Schluss gemacht aber es war lustig Das ist so gut er zum Panzer war ist ein halbes Wunder So Eh obwohl ich habe einfach Ah es ist geil gewesen einfach geil Punkt Da kannst du ja mal reinziehen Ne Aber jeden Fall Ich habe einen Rotkill gemacht Yay Nice Passt also danke fürs zugucken bis zum nächsten Mal Haut rein Leute und danke Cookie an dir dass du da warst Jaaa danke dir natürlich Link ist in der Videobeschreibung schaut mal vorbei Und ja bis zum nächsten Mal Ciao